Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 und die Arbeit gewinnt, wissen ganz genau, denn die Arme zu kippen. Am Morgen sechsten war die Titelverleihung, ich war schon dabei bei der Titelverleihung. Bin jetzt nochmal da, damit ist jeder kampiert, Schlagrat, Masismus bin jetzt dematisiert. Schule oder Rassismus, Schule, Mikro-Arsch, Schirn, guten Tag, Nazi-Zweck, nicht am Arsch. Der Vergangenheit sind wir schon zu weit gegangen, in der Vergangenheit sind Razi zu weit gegangen. Der Weg war gepflastert, schon Stolperstein, das muss erfolgreich sein, wie Axi-Stolperstein. Bin immer noch mit derselben Attitüge am meisten, und jeder weiß, das Reden würden wir jetzt auf Lüge verleihen. Und das ist Null-Toleranz, Null-Toleranz, aber ein Aspekt kommt von mir immer Null-Toleranz. Die Titelverleihung war jetzt der Startschuss, wir sind heute hier und bestätigen den Status. Uns ist egal, wie du die Arbeit hier findest, wissen ganz genau, denn die Arbeit beginnt jetzt. Die Titelverleihung war jetzt der Startschuss, wir sind heute hier und bestätigen den Status. Und es ist ganz egal, wie du die Arbeit hier findest, wissen ganz genau hier und die Arbeit beginnt jetzt. So, vielen Dank. Dankeschön.